Wir sind hier im CrossFit in Lausanne, um Muskelkatter zu kriegen. Ich teste für Sie intensiven Sport, um alle Stadien des Muskelkattern zu kriegen. Ich bin etwas müde. Meine Beine sind ziemlich tot. Von den Armen reden wir nicht und was aus meinem Rücken wird, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Bis zum nächsten Mal.